In diesem Video zeigen wir Ihnen den Seriendruck des Dialogpostmanagers. Der Dialogpostmanager bietet drei Möglichkeiten zum Seriendruck an. Den integrierten Seriendruck, den Seriendruck über Microsoft Word und den Adressexport zur Weiterverarbeitung in einem beliebigen Programm. Bei der Nutzung des integrierten Seriendrucks wählen Sie zunächst die gewünschte Vorlage aus. Unter dem Menüpunkt Einfügen – Premium-Adress können Sie zum Beispiel einen Anschriftenblock mit Premium-Adress erstellen. Dazu legen Sie zunächst die Optionen für Premium-Adress fest. Wählen Sie die Produktvariante, den Vertragspartner und die Premium-Adress-ID aus. Unter dem Punkt Kundenspezifische Daten können Sie einen festen Wert angeben oder einen Wert aus einem Feld, wie zum Beispiel die Kundennummer. Unter Sonstiges können Sie den Wert, der in der Infozeile oberhalb der Anschrift angezeigt werden soll, eintragen. Durch Klick auf den OK-Button schließen Sie die Erstellung des Anschriftenblocks ab. Über das Navigationsfeld können Sie zwischen den verschiedenen Anschriften wechseln und so überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis korrekt ist. Über den Menüpunkt Einfügen und Unterschrift können Sie bereits hinterlegte Unterschriften hinzufügen. Den Rahmen mit der Unterschrift können Sie, wie auch alle anderen Rahmen, frei positionieren. Auch Barcodes lassen sich integrieren, zum Beispiel mit der einfachen Response-Erfassung. Über den Menüpunkt Einfügen – Barcode können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um einen Barcode zu generieren. Sie können zum Beispiel ein dynamisches Feld, wie die Kundennummer, einfügen. Ebenso lässt sich ein QR-Code oder ein Data-Matrix-Code einfügen. Gehen Sie dazu auf Einfügen – 2D-Barcode, geben Sie einen Wert ein und passen den Code an. Der Dialog-Postmanager erinnert Sie daran, dass der Feldinhalt gegebenenfalls länger sein kann und Sie ausreichend Platz einplanen sollten. Der nun vorerst fertige Serienbrief kann gespeichert und geschlossen werden. Als nächstes erstellen Sie den Umschlag als ein neues Dokument und wählen dafür die Option Umschlag aus. Fügen Sie zunächst den Anschriftenblock ein. Bestimmte Elemente können Sie ein- oder ausblenden und auch die Schriftart können Sie anpassen. Leerzeichen werden standardmäßig direkt entfernt. Um auf dem Umschlag einen Frankiervermerk einzufügen, wählen Sie unter Einfügen die Option Frankiervermerk aus. In der sich darauf öffnenden Maske können Sie bei Bedarf ein eigenes Logo zum Frankiervermerk hinzufügen. Um einen Absenderbereich zu erstellen, fügen Sie ein Textfeld ein und tragen Sie die Absenderadresse ein. Der Ausdruck über den Seriendruck des Dialog-Postmanagers erfolgt schnell und ist für den Ausdruck großer Sendungsmengen sehr gut geeignet. Vielen Dank, dass Sie sich für den Einsatz des Dialog-Postmanagers entschieden haben. Bei Fragen kommen Sie jederzeit gerne persönlich auf uns zu. Schauen auf unserer Website www.dialogpost-manager.de vorbei oder sehen sich die Filme erneut an. Schauen Sie zu. Schauen Sie匠 ендnehmer